Also, wenn Sie mir jetzt ein geregeltes Einkommen nachweisen könnten, dann seht die Sache schon ganz anders. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann fange ich direkt an zu arbeiten, bei einem Kumpel von mir. Ah, okay. Als was denn? Kann man sagen, ist so all around management. Around management? All around management. Was haben Sie denn bislang so gemacht, wenn ich fragen darf? Bau. Bau. Bau ist gut. Bau hat goldenen Boden, nicht wahr? Und, ähm, als Maurer oder? Bau. Drei Jahre. Verhältnis Bonten Einatmen. Für mich gerade. Von Yu